Servus und hallo, sagt der DJ Nick und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt jetzt zum dritten und letzten Teil unseres Everspace 2 Test-Demo, umgekehrt, Demo-Test-Abenteuers und ein bisschen werden wir spielen, circa eine Viertelstunde, 20 Minuten, wenn dann die Demo noch nicht zu Ende ist. Ich denke, wir haben dann den richtigen Einblick länger, wo ich eigentlich eine Demo nicht spiele wie drei Teile. Das muss eigentlich lang sein, es sind so knapp eineinhalb Stunden und ich denke, damit sollte man dann eigentlich auch zurechtkommen und damit sollte man dann auch eigentlich einen guten Einblick haben, was ist dieses Spiel, wie funktioniert es, habe ich da Lust drauf und so weiter und so weiter. Und dann machen wir noch also ein kleines Fazit, also circa 20 Minuten spielen wir noch und dann machen wir ein kleines Fazit, was mir alles so dazu eingefallen ist, was ich gut finde, was ich nicht gut finde und so weiter und so weiter. Wir sind natürlich jetzt im Pausenmodus, weil wir gerade mitten im Weltraum waren und setzen das Ganze fort. Ha, so einfach ist es. Und links oben, da muss ich dann selber noch mal schauen, was wollten wir denn einmachen? Folge der springenden Radarmarkierung und genau diese Händlerin, ich glaube, das ist die hier, die fliegende Holländerin. Na dann, schauen wir uns die einmal an. Und? Können wir da irgendetwas tun? Wir da landen? Ah, tatsächlich. Ah, wir müssen da landen. Hallo, Mariette Witt. Herausforderungen, Outlaw-Jagd, okay. Outlaw-Jagd 1. Im Auftrag von Mariette Witt, der Besitzerin des fliegenden Holländerin, statuiere ein Exempel an den Outlaws, indem du einige auf besondere kreative Art und Weise erledigst, okay. Durch EMP außer Gefecht zerstöre zehn Outlaw-Drohnen mit Raketen. Zerstöre drei Fessel-Drohnen, während du nicht von ihr gefesselt wirst. Okay, keine Ahnung, werden wir einfach mal probieren. Also auch das ist ein Element dieses Ganzen, dass eben so Herausforderungen gibt es in vielen Spielen. Okay, äh, ja. Achso, jetzt habe ich die aber nicht angenommen, die Herausforderung, oder? Nein. Was haben wir denn eigentlich sonst noch zu tun? Zur springenden Radermarkierung. Ja, wo ist denn die eigentlich? Wo springt denn hier eine Radermarkierung? Hm. Okay, gute Holländerin, wo bist du? Wo ist das, oder? Jetzt schauen wir mal nochmal, ob ich das mit dem... Man muss da echt landen, weil ich finde das finde ich schon mal ziemlich cool. So, nochmal. Ach, Munition kann man hier auch auffüllen. Oh, das ist ziemlich cool. Ah, geht aber anscheinend nimmer. Naja, macht ja nix. Unentdeckter Ort. Ja, also Leute, irgendwie ist mir so ein bisschen unklar, wo ich hin muss. Nein, bin ich bitte bloß zu doof. Hm, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin, wo das alles voller Drohnen ist. Folge am Rande des Universums. Folgen der... Das muss ja dann irgendeine Markierung haben. Oh Mann, ich stelle mich wieder. Aber es gibt nur noch diese unentdeckter Ort. Das wird es ja kaum sein, dass es noch dieser... Was übrig ist. Ansonsten kriege ich keine andere Markierung. Mit G... Ach, mit G können wir... Das war diese... Jetzt verstehe ich es. Das war diese Superkraft, die wir da... Ja, 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 ja. Hat er ja vorher noch erzählt, gell. Also, dann schauen wir uns jetzt erst einmal dieses Schiffswrack an. Da los. Aber was ist denn da los? Ganz versteckt. Gut, nehmen wir drei Verkabelungssätze, was wir einmal wieder mit anfangen können. Also, ich habe mir irgendwie eine Folge der springenden Radarmarkierung. Also, ich sehe nicht springen und ich sehe auch keine Radarmarkierung. Weiß nicht, ob ihr irgendwas seht. Dann würde ich sagen, machen wir uns einfach mal dahin auf den Weg. Ja, schon ein bisschen Minuspunkt. Ich meine, wenn es irgendwie... Vielleicht gibt es den Quest auch gar nicht. Muss ein bisschen deutlicher sein für mich, finde ich, weil... Ja, okay, Eisenverkommen fliegen in die Hände. Ansonsten springt hier nichts und gut, dann gehen wir da gar nicht lang rum. Und machen wir mal den nächsten Punkt, ja. Und machen wir mal die Hände. Ach, nö, echt jetzt wieder weh. Mach mal einen Holoscan, um den Aufprall zu simulieren. Was habe ich wohl gerade getan? Guter Mann. Ich finde die fehlenden Teile und montiere sie. Ach so, er zeigt uns nur an, wo die Teile hingedriftet sein könnten oder will. Und dann sollen wir das Ganze irgendwie rausfinden. Anscheinend. Weil es in diese Lichtung... Macht man das am besten. Ach, es ist doch mal ganz gut, wenn man nach unten fliegen kann. Oder bleib mal stehen. Was mache ich denn? Ganz ruhig. Blieben. Ja, ganz ruhig, da wäre es ja mehr schlecht. Sonst... Wenn man die Dinger da jetzt so... Jetzt kommen wir doch mal nach unten. Wenn man die Dinger so hinterher schaut... Man muss kein Quantenphysiker sein. Man muss kein Quantenphysiker sein. Einsammeln und zurückbringen. Das sind ja mal coole Quests. Das ist immer was anderes. Das erste Teil passt. Evid. Okay. Zeigt es uns aber nicht an. Also es ist so einfach ist es nicht. Man muss schon selber finden. Und da ist die andere. Also ohne diese Richtungssignale war ich echt ein bisschen aufgespüßt. Aber gut, es geht. Es geht, es geht. So gut wie neu. Der zweite läuft wieder. Schön. Noch einer und die Show geht los. Entdeckter Ort. Also was gibt es noch? Map. Müssen wir da wieder zurück, wo wir waren, oder? Tja, tatsächlich. Hier ist noch was offen. Dann fliegen wir nochmal zurück. Ist ja nichts. Warum nennst du sie Beanbags? Das war Maddox' Idee. Er sagte, sie lassen unseren Indikator herumspringen, die Bohnensäckchen, die jongliert werden. Jongliert? Mann, du hast echt noch nie Schichtdienst gehabt. Hey, Stations-KI. Gib Adam alle Daten, die du zum Thema jonglieren hast. Bestätige. Ah, ich wusste nicht, dass wir Zugang zu einer KI haben. Hatten wir nicht. Bis ich sie eben repariert habe. Cool. Und wer ist Maddox? Nur ein Idiot, mit dem ich früher gedient habe. Mr. Filter klappert wieder. Wir sprechen uns bald. Ja. Das gleiche Problem. Oh, hey, 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 hey. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ah, die kommen also erlooten, die Burschen. Nicht alle, aber anscheinend kommen ab und zu die Burschen erlooten. So, ändert aber nichts, dann sehe ich immer noch nicht den springenden Radarpunkt. Da ist die fliegende Holländer drin. Den springenden Radarpunkt, den finde ich irgendwie. Das ist die fliegende Radarpunkt, die Burschen, 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 die Burschen. ach das ist ja diese stehe Also, Explosionen schauen ganz cool aus. Da ist die springende Markierung, jetzt weiß ich was er meint. Okay, gut, dann geht es nicht. Ist der Störzender in einem riesigen Schiffswrack versteckt, das von Mien umgeben ist? Ich erinnere mich an einen Wrack, aber es ist schon länger her, dass wir die Beanies versteckt haben. Hab ihn gefunden. Er ist von Hydron befallen. Das könnte das schwache Signal erklären. Erledigt. Alle Beanbags sind wieder online. Ich sehe es. Die Radarmarkierung für unsere Basis ist jetzt überall, nur nicht hier. Du kannst jetzt zur Basis zurückkommen. Ich habe was gefunden, das dir das Leben sehr viel leichter machen könnte. Hm, okay. Gut, den Auftrag der Fliegenden machen wir dann, wenn wir die Vollversion spielen. So, dann, ab nach Hause, oder für die Basis, oder wie auch immer. Er wird nach dem Tod von Lieutenant Gabbard Voight wegen Mordes und Fahnenflucht angeklagt. Es wird vermutet, dass er von Lieutenant Henley Maddox unterstützt wurde und immer noch begleitet wird. Übertrage den vollständigen Eintrag in das Piloten-Logbuch. Eine Moterei, ja? So. Ich habe mich hier gerade durch ein bisschen altes Gerümpel gewühlt und dabei ein paar Panzerplatten für dein Schiff gefunden. Könnte dir bei einem zukünftigen Kampf helfen. Ich habe sie ins Lager gesetzt. Bots, rüste die Panzerplatten aus dem Lager der Basis aus. Hm, kann wahrscheinlich am Schiff, oder? Daten. so ja panzer platten altmetall ja bin jetzt faul zum sucher ich denke es ist eine wunderbare gelegenheit jetzt hier schluss zu machen ich habe keine ahnung wie lange es jetzt noch geht die demo aber es ist ja mittlerweile völlig klar um was es geht und deswegen von mir jetzt nach knapp 20 minuten wie schon angekündigt habe noch mal ein kurzes review also insgesamt muss ich sagen großes lob echt großes lob an rockfish games in hamburg die haben wirklich was cooles zusammengezimmert finde ich ganz cool es ist ein eco shooter im weltraum ich habe zwar gedacht man verlässt auch ab und zu messer raumschiff läuft einmal ein bisschen rum und so weiter also ganz offensichtlich nicht sondern es dreht sich alles eben um raumschiff kämpfe um raumschiff um raumschiffe auf zu werden und so weiter es gibt ein paar ganz coole quests ebenso wie eben gerade erlebt nur ein bisschen zusammen sammeln was zusammen bauen und so weiter es ist nicht nur wild es gibt baller sondern ja es ist schon es gibt sowas wie routinen also so buffs und jede menge extras und so weiter man kann eben panzerplatten ausrüsten und sein schiff auf popeln bis dort hinaus wirklich wahnsinnig toll steuerung ja ich habe es am ganz am anfang das habt ihr nicht mit der liebte erst beim joystock probiert habe ich irgendwie nicht zum laufen gekriegt warum auch immer muss aber sagen sehr jetzt mit maus und tastatur super sehr intuitiv geht eigentlich wahnsinnig gut von der hand es wird wahrscheinlich genauso gut mit dem joypad gehen bin ich jetzt nicht so ein freund also ich stelle mir immer recht sagen wir es mal so das heißt freund ich stelle mir immer recht mit dem joypad also aber muss ich sagen maus und tastatur mit ein bisschen eingewöhnungszeit und das ist es ja immer geht eigentlich wirklich super easy von der hand und für jeden ego shooter fan auch für die die laufen und nicht fliegen soll es eigentlich überhaupt kein problem sein man ist eher dreidimensional man kann nur auf und runter und so weiter aber insgesamt finde ich es eigentlich ganz cool grafik technisch ja macht sauber was her bei mir bei meiner mühle und auch das konnte ich ganz kurz noch mal schnell zeigen bei den einstellungen also bei mir bei meiner mühle hier alles auf episch gestellt wie ich aber mitbekommen habe und wie ich auch gelesen habe ist auch bei schwächeren systemen geht es wohl wirklich hervorragend also auch da ein großes lob die grafik ist mehr kommen nicht erwarten ist es super es schaut super aus explosionen was ja immer wahnsinnig schwer zu programmieren ist alles wunderbar bin ich eigentlich sehr zufrieden mit der grafik mit dem sound kann man nichts bemängeln ab und zu eine ganz coole mucke zwischendrin die deutschen übersetzungen die sprecher ja sind gut und auch ich habe jetzt keine anderen sprachen ausprobiert also so weit ist es wirklich machen alle relativ einen sauberen job die wo waren wir jetzt noch ja sound insgesamt also die musik und der malung finde ich ganz gut geläusche ganz gut bei mir ist es immer so ich habe es mit den ich muss es ja mit dem boxen oder habe es mit dem boxen immer laufen ich denke wer zum beispiel mit dem kopfhörer spielt ist bestens bedient macht bestimmt wahnsinnig her was her die ja gut die comic zwischen sequenzen wo die geschichte so ein bisschen erzählt wird weil das ja ich finde ganz nett ist nicht mein fall aber ist jetzt eher glaube ich zweitrangig und auch nicht ganz so wichtig insgesamt muss man sagen also für mich persönlich mir hat die demo jetzt erst einmal gereicht ich bin jetzt ganz persönlich nicht so ein ego shooter fan weil mir das alles dann doch nur eine nuance zu hektisch ist für alle die die mal kein problem haben werden da echt glücklich und ich glaube auch für den preis für den brolzeit ist es vollkommen in ordnung macht spaß es sind ganz witzige missionen alles in allem ja muss ich sagen sehr gut ich mag weder punkte noch sonst irgendwas vergeben sondern insgesamt sehr gut für eine deutsche produktion auch wirklich super findet man wenig genug deswegen großes lob noch mal zum ende hin macht spaß ich die hamburger jungs werden es bestimmt nicht sehen mein video aber ich sage trotzdem weiter so finde ich ganz gut es wird bestimmt noch weiter aufgepatcht es wird vielleicht noch dlc geben das weiß ich euch nicht könnt ihr euch bestimmt bei rockfish games mal eine roadmap anschauen und euch da weiter informieren das war es jetzt mal von mir everspace 2 die demo der test wenn ihr wirklich jetzt bock drauf gekriegt habt ladt es euch runter es kostet nichts die demo könnt ihr es mal selber ausprobieren ja mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen ich hoffe es hat euch mal gefallen mal wieder so ein zwischenbreaker zwischen den etwas größeren programmen zu haben ganz kurz noch die ankündigung kanal 4000 natürlich jetzt im herbst geht es wieder richtig rund ich habe einiges im köcher und vor allen dingen jetzt kann ich sie auch schon ein bisschen ankündigen ein paar mal habe ich schon angedeutet und das bewegt sich vielleicht in dem gleichen kreis der weltraumspiele starfield kommt und da bin ich ganz erpicht drauf und das werde ich auf alle fälle antesten also da werden wir auf alle fälle weiter auf alle fälle bei starfield auch eine serie machen danke fürs zuschauen sagt der dj nick hier bei everspace 2 in dem der demo test und ja ein daumen hoch wenn ihr sagt cool so was will man einmal sehen freut mich wenn euch das gefällt und wird es natürlich wie immer wird es immer wieder geben danke fürs zuschauen sagt der dj nick jetzt in dieser folge und schalt das nächste mal wieder rein und bleibt bei kanal 4000 bis zum nächsten mal bleibt gesund servus